Moderne, nachhaltige Mobilität ist für mich für alle zugänglich, flexibel und maximal ressourcenschonend. Wir haben bei Hamburg Invest ein Programm entwickelt für internationale Scale-Ups, das Scale-Up Landing Pad Hamburg, das genau Scale-Ups aus diesem Bereich der Mobilität und Logistik unterstützt, ihre Ideen in den deutschen und europäischen Markt über Hamburg zu bringen. Mobilität muss für alle zugänglich sein und am besten teilt man sie. Die größte Chance sehe ich darin, dass tolle Ideen, die wir hier auch heute sehen konnten, in die Realität umgesetzt werden können.